So, lauf mal Kugel, wir zeigen jetzt mal, was wir mit unserer tollen Steadicam alles machen können. Ne, Glidecam. Selfmade Glidecam. Lauf mal ganz gut schön. Das könntest du mal ein bisschen... Ja, Alter, wie aus unserer positiven Produktion. Du bist jetzt halt so ein Model, dann geht die Kamera hoch. Hallo, ich bin das Model und kauft Sojasauce. Los, jetzt lauf mal weiter, wir müssen uns zu dir, also du läufst in die falsche Richtung. Das ist auch noch eine Bühne. So, das ist jetzt hier vorher, also. Ja, wie schön. So werden wir uns zu fünfzeiten führen. Leute, guckt es euch an, es ist übelst schön am Sand. Ja, so kommt es auch viel geiler, wenn du nicht rumspastest. Hallo, ich habe mir die Flüge gegeben. Alter, wie geil. Nur so ganz kurz der dezenter Ausschnitt in so einem übelst krassen Banda-Richt. Ihr Penis, ja. Hier, falls ihr es schon wieder vergessen habt, wie das Ding aussieht. Hier. Stativ. Eigentlich ist es eigentlich ein Stativ, so. Aber mit diesen Gewichten hier ist das voll die Selfmade Gleitcam. Der schmeißt sich schon wieder ins Video rein. Und dann kann man das hier so halten. Und da unten hängt die Kamera. Dann kann man hier so ganz sanfte Bewegungen über dem Boden machen. Obwohl die Kamera natürlich auch so schon gut ist. Ja. Durch diese eingebaute Kacklinse. Na ja, gut, ihr Penis.